Acht Monate Bearbeitungsdauer für einen Rentenantrag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich halte Ihnen hier in der Hand den lang ersehnten Rentenbescheid, den die Deutsche Rentenversicherung am 10.11.2020 erlassen hat und uns am 16.11.2020 zugestellt hat. Ich habe also heute früh am 17.11.2020 unserem Mandanten informiert, dass sein Rentenbescheid endlich da ist. Und zwar haben wir für unseren Mandanten am 8.04. diesen Jahres einen Altersrentenantrag für eine Altersrente für langjährig Versicherte gestellt. Das ist die Altersrente, in die Sie gehen können mit 35 Jahren Wartezeit. Rentenbeginn 1. Januar 2021. Und die Deutsche Rentenversicherung hat sich wirklich acht Monate lang Zeit gelassen, diesen Rentenantrag zu bearbeiten. Also da war wirklich nichts schwierig dran an dem Rentenantrag. Wir haben den Rentenantrag gestellt, wir haben die Formulare ausgefüllt, das haben wir alles sehr, sehr zeitnah gemacht. Fünf Monate lang ist hier nichts passiert. Und dann hat unser Mandant uns angeschrieben und gebeten, na wie sieht es denn jetzt mal aus? Ich möchte gerne wissen, ob das mit meiner Rente nun klappt. Und dann haben wir eine Sachstandsmeldung oder eine Sachstandsanfrage bei der Deutschen Rentenversicherung gemacht. Und jetzt kommt der Rentenbescheid. In dem Rentenbescheid gibt es auch ein kleines Problem, aber deswegen werden wir jetzt keinen Widerspruch einlegen. Und zwar bezieht unser Mandant noch Arbeitslosengeld 1 bis zum 31.12.2020. Und dieses Arbeitslosengeld 1 kann natürlich jetzt noch nicht in dieser Rente mitberechnet sein. Das heißt also, das gesamte Jahr 2020 fehlt noch, weil die Bundesagentur für Arbeit noch nicht gemeldet hat. Das heißt also, wenn die Bundesagentur für Arbeit dann die Entgelte, die beitragspflichtig sind für diese Rente gemeldet hat bei der Deutschen Rentenversicherung, wird die Deutsche Rentenversicherung von sich aus eine Neuberechnung der Altersrente vornehmen und dann den entsprechenden Betrag wahrscheinlich nachzahlen. Also wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich im Februar oder März dann erfolgen wird. Aber für unseren Mandanten erstmal wichtig, es kommt die Rente. Er ist krankenversichert und er bekommt pünktlich zum 31. Januar dann auch die monatliche Rente in Netto ausgezahlt. Also 8 Monate Bearbeitungsdauer für einen Rentenantrag halte ich für ganz schön lange und ist kein Einzelfall. Das muss ich auch mal dazu sagen, ist kein Einzelfall. Das heißt also, wir gehen hier in unserer Kanzlei bei Rentenbescheid24.de davon aus, dass also eine Bearbeitungsdauer eines Rentenantrags von 6 Monaten die Normallänge ist und deshalb können wir nur unseren Mandanten empfehlen, stellen Sie bitte rechtzeitig einen Rentenantrag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel